Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Let's Play Little Nightmares, die Tiefen und ja, in der letzten Folge wurden wir von dieser sehr witzigen, aber auch doch recht schmerzhaften Tür zerquetscht, weil wir nicht rechtzeitig durchgekommen sind und ich würde sagen, wir begeben uns nochmal ganz kurz auf den Koffer, dann wieder hier hin und dann drehen wir nochmal kurz an der Kurbel, die weniger bellt, dafür aber mehr kurbelt und machen die Tür nochmal eben kurz auf und dann versuchen wir das Ganze nochmal. in der Hoffnung, nicht wieder als Fangkuchen zu enden, so pass mal auf, ich hab grad echt ein bisschen Schiss, dass ich das hier ein bisschen, naja komm, kannst vergessen, kannst vergessen nochmal, oh du musst hier, du darfst hier echt keinen einzigen Fehler machen, so, ich stell mich diesmal so hin, damit ich besser loslaufen kann, das Problem ist, dieser fette Balken da, ne, ich, ich kann wegen dem kaum was sehen oder schlecht, ich, ich sehe irgendwie, ich weiß nicht, der stört irgendwie, ich weiß nicht warum, so, losrennen, einmal rauf da, jetzt, jetzt könnte es gehen, jetzt könnte es gehen und, ist das dein Ernst? Was ist los mit dem Jungen? Ich, ja, was? Habt ihr jetzt nicht gesehen? Das gibt's doch echt nicht, ey, da legt der erstmal wieder so einen fetten Move hin, gut, wenn er meint, äh, was ist denn los? Läuft erstmal gegen die Wand, klar, so, drehen nochmal auf den Kack und ein weiteres Mal, wir suchen unser Glück. Jetzt aber, yo, sauber, so, das hätten wir. Es ist ein wenig dunkel, aber zum Glück haben wir unsere Taschenschlampe noch dabei. Ich will nicht. Oh, ne, das sieht doch jetzt schon wieder hier nach, ich sag's euch, Omi kommt gleich vorbei. Da, ich hab's ja schon gehört, sie planscht da doch wieder, sie macht da, sie macht da doch wieder ihre komischen, äh, ich weiß nicht, ihre komische Wassergymnastik oder was sie da immer macht. Hm. Äh. What? Okay. Omi? Nein. Oh, scheiße. Schwimm. Schwimm, 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 schwimm. Komm, 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 komm. Ah, das war wieder klar gewesen. Oh, alter. Du bist ja echt nur am Verrecken, ey. Du bist ja echt nur am Verrecken. Alter. Mann, 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 Mann. Also, falls es einen von euch geben sollte, der das DLC ohne einmal zu sterben durchspielen kann, dann Hut ab. So, ich schwimm diesmal direkt los. Guck mal, das kann, das funktioniert sogar. Ich glaube, inzwischen ist sie echt ein bisschen sauer auf uns. Warum sprichst du nicht an den Scheißhaken? Ah, okay, alles klar. Jetzt lässt sie es wieder los. Kann ich vielleicht höher klettern? Geht das? Jetzt bin ich am Haken, alles klar. Jetzt hat sie da wieder losgelassen. Okay. Ich lasse mir jetzt extra mal ein bisschen mehr Zeit, um sicher zu gehen. So, warte mal. Also, jetzt bestimmt auf das Brett da rauf und... Ach, wir schaukeln jetzt so leicht im Kreis sich gerade. Warte mal. Jetzt. Na, komm. Oh, die alte ist echt widerlich. Geht das? 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 Oh. Mami. Oh. Nein. Nein, geh weg. Ich mag dich nicht. Niemand mag dich. Geh weg. Mach wieder deine Wassergynastik. Ich schenke dir auch eine neue Schwimmnudel, wenn du willst. Kannst du auch eine rote haben. Wenn du willst auch eine gelbe. Ist alles möglich. Geht's da hoch? Da geht's, glaube ich, hoch, oder? Ah. Geht er da hoch? Oh. Oh, das war knapp. Okay, pass auf. Das wird niemals funktionieren. Das wird... Das könnte doch... Das könnte funktionieren. Ich bin mal weg, Omi, ne? Komm ich... Oh, geil. Ich komm hier hoch. Oh, Alter. Warte mal. Entweder ist der Schalter jetzt dafür, um das Ganze unter Strom zu setzen, oder der Fernseher geht dann an und RTL läuft wieder. Es ist wohl eher RTL. Okay. Oh, nein. Jetzt müssen wir noch mal runter. Ich will nicht. Scheiß, Alter. Ja, hüpf erst mal gegen die Wand. Kein Problem. Kein Problem, Kollege. Wo müssen wir denn jetzt... Wie soll ich da denn hinkommen? Wie soll das denn gehen? Ah. Ja, witzig bist du. Wie soll das denn jetzt gehen? Ich glaube, ich bin tot. Kann das sein? Ja. Wie? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich jetzt echt nicht verstanden, wo... Der Fernseher läuft. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Aber der... Der Langfingergnom wurde doch auch vom Fernseher angelockt, ne? Wird sie vielleicht dadurch getriggert irgendwie? Kann ja sein. Warte mal. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen. Weil wir haben ja eben schon ein bisschen gewartet, also... Da ist aber kein Signal. Ah. Guck mal hier. Ah, die Lampe. Ach so. Ach so. Alles klar. Ich habe mich gerade eben auch schon gewundert, warum hier eine Plattform ist und wir da nicht hingehen. Alles klar. Gut. Und jetzt den hier betriggern. Äh. Nein. Omi, nein. Nein, 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 nein. Omi, das darfst du nicht. Das ist ein bisschen gefährlich für mich. Weißt du? Das tut mich not. Ja. Ja. Nein, ja. Nein. Ja, nein. Oh, da, oh, da, oh, da. Diese alte Bratze, Alter. Diese alte Bratze. Warte. Alles klar. Jetzt kommen wir hier hoch. Warte. Schwimm, 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 schwimm. Warte, warte, warte. Oh. Nee. Nee. Nein. Äh, ist hier eklig. Und die hat sogar einen Badeanzug an. Nein. Oh, das ist ein alter Opa. Könnte auch ein alter Opa sein. Bin mir gerade nicht sicher. Nee. Was? Oh. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das, ähm, hm. Oh, fuck, Alter. Fuck. Das Schlimme ist, ja, es kommen noch zwei DLCs. Ich sehe gerade die Lampe. Da hängt noch eine Lampe an der Decke. Oder können wir da rüberjumpen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir an die Lampe ranspringen können. Dauer, über den Fernseher. Okay, pass mal auf den ganzen Kleiderabumsch nochmal. Kleiderabumsch. So, an die Lampe ran. Ach nee, warte, jetzt haben wir, jetzt haben wir das hier vergessen. Yeah, jetzt haben wir das vergessen. Boah, ich frage mich gerade, was bringt das eigentlich? Wobei, warte mal, sie stirbt doch dann. Sie stirbt doch, wenn das jetzt... Na klar. Ist das schon das Ende vielleicht? Kann das sein? Wäre ja möglich, ne? So, einmal rübergehopst. Dann ziehen wir mal wieder am Hebel. Am, 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 am Hebel? Jetzt üpf da doch hoch, Mann. Zieh am Hebel. Mann. Kann man nicht machen. Okay, Omi planscht da hinten gerade rum. Omi kommt gerade näher. Ich hätte direkt loslassen sollen. Wie vorhin. Äh, wie eben. Nicht vorhin. Er ist eigentlich dasselbe. Äh. Äh. Mhm, 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 mhm. Jetzt ist er da. Okay. Ja. Einmal hoch hier. Nee. Geh weg. Du bist doof. Ich will dich nicht. Geh Socken stricken oder so. Aha. Boah, die alte, ne? Hut da, hut da, hut da, hut da. Äh. Ich komm nicht an die Lampe ran. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hilfe. Was soll ich machen? Warte, ich schwimm zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. An die Lampe komm ich auf jeden Fall nicht ran. Scheiße. Ah, weg. Zur Tür komm ich auch nicht. Muss ich das Wasser nochmal aufdrehen oder? Nee, das geht ja. Das kann ja nicht sein. Da komm ich ja gar nicht mehr ran. Ich versteh's gerade echt nicht. Wirklich. Hä? Da komm wir jetzt auch nicht mehr hoch aufs Brett. Ich, ich blicke es gerade echt nicht. Hä? Hä? Oh nein, noch nicht reinspringen. Ich hab gerade gesehen, da hat's gerade geblubbert. Na komm, geh weg. Na geh schon. Ich glaub sie ist weg. Ich bin mir nicht sicher. Hä? Das wird nicht funktionieren. Nein. Wird nicht, wird nicht, wird nicht, wird nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Wenn wir da draufbleiben, dann fällt der Fernseher runter. Oder wir müssen den Fernseher runterschieben. Wir müssen den Fernseher bestimmt runterschieben. Das ist es. Ich mag das Spiel, ey. Also ich mag das DLC. Also das Spiel und das DLC. Aber im DLC hier ist ein bisschen mehr Gerätsel, finde ich. Das ist ja das Schöne. So. Tut mir leid, wenn ihr euch das jetzt immer wieder ansehen müsst. Aber es ist eben halt ein richtiges Let's Play. Und ich schneide hier nichts. So. Mir wurden nämlich auch schon hin und wieder mal gesagt, ich soll einfach mal schneiden. Ich sag es aber einfach, das ist noch ein richtiges Let's Play, was ich hier mache, ne? Also ich schneide hier eigentlich kaum. Eigentlich gar nicht. Wenn es jetzt irgendwelche Ausnahmen sind, dann ja. Aber, ne? Sonst wäre es ja ein Let's Cut. So, komm. Einmal hoch da. Oh nein, meine Nase juckt. Schlechtes Zeichen. Sehr, sehr schlechtes Zeichen. Nase jucken. Böse. So, warte. Und direkt weiterkommen. Das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Du bist der Marsch. Du bist der Marsch. Du bist der Marsch. Ey, 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 ey. Du bist der Marsch. Du bist der Marsch. Hast du Bock auf RTL? Hier. Ich hol's zu dir runter, Alter. Bitte schön. Bei mir in den Brennpunkt, Alter. Wortwörtlich. Fast. Ist sie jetzt tot? Die ist doch niemals tot, Alter. Und was für ein Zufall, dass der Fernseher jetzt zufällig so positioniert ist. So. Ich weiß nicht, ob ich mich schon sicher fühlen kann. Aber das kann's doch noch nicht gewesen sein, oder? Wobei es natürlich auch nur ein DLC ist. Okay, hier können wir auch... Wir könnten jetzt hochgehen. Wir können aber auch hier. Hat das... Ich war jetzt gerade am überlegen, ob das vielleicht zwei enden. Einfach... Ach, hier komm ich gar nicht rein, oder? Doch, hier komm ich rein. Da ist wieder eine Flaschenpost. So, die schnapp ich mir auch direkt mal. Plupp. Mhm, 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 mhm. Aber sonst ist hier nichts. Gut, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Ganz vorsichtig natürlich. Ich hol mal wieder meine Taschenschlampe raus. Damit wir auch gut was sehen. Übrigens, äh, ganz kurz nebenbei, weil wir gerade ein bisschen Ruhe haben. Es ist übrigens die erste Aufnahme, die ich hier gerade mache, mit dem neuen PC. Okay, beziehungsweise das Ganze ist jetzt endlich auf 1000p. Eine lange Leiter. Ich trau der langen Leiter nicht so ganz. Oder geht's jetzt nach draußen? Zu Six vielleicht? Man weiß es nicht. Äh, nein! Der Langfingergnom. Er ist zurück. Ach, krass. Nee, wie geil ist das denn? Ach, wie geil ist das denn? Und wir sind ja... Ach, das ist ja geil. Ey, ich feiere das gerade echt. Ey, wie cool ist das denn? Wir waren der kleine Junge, der gerade dann im Käfig weggezogen wurde. Ich geh, wie geil ist das denn? Untertitelung des ZDF, 2020